John Cena sorgt bei den diesjährigen Oscars für reichlich Lacher. Fast völlig entblößt hält er seine Ansprache und erinnert sich an eine sehr peinliche Sexszene mit Amy Schumer. Er vergleicht die Erfahrung und stellt fest, dass die Oscars viel schlimmer waren. Mit einem abgeklebten Po-Loch vor das prominente Publikum zu treten, war für ihn besonders hart. An die Liebesszene mit Amy denkt er auch nur ungern zurück. Er betont, dass es nichts Intimes dabei gibt und wirklich peinlich ist. Doch John blickt auch auf erfreuliche Momente zurück. Vor wenigen Tagen feiert er die Premiere seines neuen Films Jackpot in Los Angeles. Auf dem roten Teppich küsst er seine Ehefrau Shay Shariatsadeh und sorgt für romantische Stimmung. Im berühmten TCL Chinese Theatre strahlt er an der Seite seiner Liebsten und seinen Co-Stars Au Quafina und Simu Liu.